Wir sind im Norden Deutschlands im Urlaub und haben vom Erlebnispark Ems Flauer in Ems-Büren gehört. Also nichts wie hin. Vom Parkplatz aus geht es über das Freigelände zum Schaugarten Mini Ems Flauer. Untertitelung des ZDF, 2020 Welche? Die gelbe. Das älte. Ach, das sind verschiedene Gründe. Birien, Petunien und Bieden. Hat jetzt gut. Dieser Schaugarten ist von Mai bis zum ersten Frost gefüllt mit verschiedenen Sommerblumen und gibt Lieferanten und Züchtern über das ganze Jahr hinweg die einzigartige Gelegenheit, Neuheiten und verbesserte Sorten je nach Saison zu testen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.